Dieses Expertenangebot der Woche zeigt euch, wo es lang geht. Mit dem 5 Zoll, also 12,7 cm großem Echtglas-Display des Garmin Nüvi habt ihr dank der Zwei-Finger-Zoom-Funktion immer alles im Blick. Außerdem könnt ihr euch aussuchen, ob ihr das Ganze im Hoch- oder im Querformat nutzen wollt. Detailkarten für Zentraleuropa sind vorinstalliert und dank den lebenslangen kostenlosen Karten-Updates bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand. Verabschiedet euch von lästigen Staus und Verkehrsstörungen, denn mit dem kostenlosen digitalen Verkehrsfunk Garmin Live Traffic bekommt ihr alle Verkehrsinformationen direkt auf euer Nüvi. Ihr seid auf der Suche nach einem Restaurant oder Einkaufszentrum? Über Foursquare findet ihr sofort alle angesagten Locations und könnt euch per Smartphone-Link direkt Bewertungen und Öffnungszeiten anzeigen lassen. In Städten, in denen euch Straßennamen nicht weiterhelfen, hilft euch Garmin Real Directions. Dadurch folgt ihr Hinweisen wie zum Beispiel An der Ampel rechts abbiegen. Und auch beim Telefonieren greift euch das Nüvi unter die Arme. Über Bluetooth könnt ihr es einfach mit eurem Telefon verbinden und als Freisprechanlage nutzen. Dieses Expertenangebot der Woche bekommt ihr für nur 139 Euro in allen Expert-Fachmärkten.